Die Ursprünge des Christentums liegen an vielen Orten, unter anderem in Ägypten, wo das koptische Christentum kurz nach dem Tod Jesu seine Blütezeit erlebte. Ägypten, das Land der Pyramiden, ist Schauplatz vieler der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament. Durch Mose bestraft Gott den ägyptischen Pharao dafür, dass er das hebräische Volk in Knechtschaft gehalten hat. Der junge Josef wird von seinen Brüdern verraten und leidet in der Sklaverei in Ägypten, bevor er zum Vesir aufsteigt, deren Mokno dem Pharao ein zweiter Stell ist. Wenn man sich dem Neuen Testament zuwendet, denken viele Menschen an die Länder Israel und Palästina, die Orte, an denen Jesus geboren wurde und predigte. Ägypten ist jedoch auch ein zentraler Ort in seiner Geschichte, ein sicherer Hafen für die heilige Familie. Im Matthäus-Evangelium fliehen Maria, Josef und das Jesuskind aus Jerusalem und König Herodes, der das Kind töten wollte. Die Familie bleibt in Ägypten, bis die Gefahr vorüber ist. Sicherheit in Ägypten. In diesem Detail einer koptischen Handschrift aus dem 13. Jahrhundert ist die Flucht nach Ägypten oben rechts dargestellt. Diese Episode ist für Kopten von besonderer Bedeutung, die die Orte in Ägypten verehren, an denen ihrer Meinung nach die heilige Familie umherwanderte. Zusätzlich zu seiner wichtigen Stellung in der Heiligen Schrift war Ägypten in der frühen Blütezeit des Christentums ein fruchtbarer Garten. Ab dem ersten Jahrhundert 9. Christus, als der Glaube Wurzeln schlug und zu wachsen begann, wurde Ägypten zu einem wichtigen religiösen Zentrum, da Theologen und Gelehrte dorthin strömten. Das ägyptische Christentum entwickelte seinen eigenen unverwechselbaren Charakter, der von den Worten, der Kultur und der Geschichte des alten Ägypten geprägt war. Dieser Zweig des Christentums würde zur koptisch-orthodoxen Kirche werden und ihre Anhänger würden als koptische Christen oder Einfascher als Kopten bekannt sein. Der Name Kopte hat eine lange Reise hinter sich. Es kommt von der europäischen Aussprache des arabischen Wortes Kiept, das vom griechischen Namen für Ägypten, Aigyptos, abgeleitet ist. Dies wiederum leitet sich von HWT Kaptar ab, einem Tempel in Memphis, der Ptar gewidmet ist. Auch die koptische Sprache entstand aus einer Mischung von Kulturen, aus ägyptischen Wörtern, die in griechischer Schrift geschrieben waren. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich mehrere Dialekte und es wurden viele wichtige christliche Texte in koptischer Sprache entdeckt. Eine koptische Stele aus einem Grab aus dem 5. Jahrhundert in der Oase Al-Fayyum, koptisches Museum, Kairo. Bevor sich das Christentum etablierte, reichten die Wurzeln der bestehenden Religion Ägyptens Jahrtausende zurück. Nach dem Ende des goldenen Zeitalters von Ramsesdiste II. und seinen Nachfolgern erlebte Ägypten Invasionen durch Libyer, Nubier, Assyrer, Perser, Griechen und Römer. Dennoch erwies sich die alte Religion Ägyptens als bemerkenswert langlebig, was teilweise auf ihre Fähigkeit zurückzuführen war, andere Einflüsse zu absorbieren. Mit wenigen Ausnahmen übernahmen die Eindringlinge den ehrwürdigen Glauben oder passten ihn an. Die Nubier erklärten dem ägyptischen Gott Amun ihre Treue. In ihrer Bewunderung für ägyptische Götter schuf die ptolemäische Dynastie, gegründet von Ptolemaios, dem General Alexanders des Großen, im Jahr 305 v. Chr., hybride griechisch-ägyptische Götter wie Serapis. Die ägyptischen Christen wurden an die Pracht ihrer alten Religionen erinnert, beispielsweise an die Säulenhalle des Hathor-Tempels in Dandara. Im 5. Jahrhundert wurde in der Nähe eine koptische Basilika errichtet. Die ersten Spuren des Christentums finden sich in der Flucht nach Ägypten. Mehrere Orte im Land werden mit den Wanderungen der heiligen Familie in Verbindung gebracht, darunter das Kloster Al-Muharak im Niltal in Zentralägypten. Die Mönche glauben, dass die Marienkirche des Klosters dort errichtet wurde, wo die Familie während ihres Ägypten-Aufenthalts etwas mehr als sechs Monate lang Zuflucht suchte. Eine weitere heilige Stätte befindet sich in El Mataria, einem Vorort von Kairo, in der Nähe der antiken Stadt Heliopolis. Die Überlieferung besagt, dass ein Berg Ahorn, der als Baum der Jungfrau Maria berühmt wurde, der Familie während ihrer Reise Schatten spendete. Der koptischen Tradition zufolge wurde die christliche Kirche in Ägypten Mitte des ersten Jahrhunderts 9. Chr. in Alexandria vom heiligen Markus gegründet. Markus, der Autor des zweiten Evangeliums im Neuen Testament, wurde Alexandrias erster Bischof und begann die Lehren Jesu zu verbreiten. Historische Quellen stützen diese Behauptung. Der griechische Historiker Eusebius schrieb um 310 in seiner Kirchengeschichte Man sagt, dass dieser Markus der Erste war, der nach Ägypten aufbrach, um das Evangelium zu verkünden, das er geschrieben hatte und der Erste, der in Alexandria Kirchen gründete. Andere über Markus zusammengestellte Geschichten erinnern an seine Lehren sowie an die ihm zugeschriebenen Wunder. Bei seiner Ankunft in Alexandria soll Markus auf wundersame Weise die Hand des Schusters Anianus geheilt haben. In Alexandria heilt Markus links rechts einen Schuster, Anianus sitzend, der konvertiert und später die Nachfolge von Markus als Oberhaupt der ägyptischen Kirche antritt. Gemälde von G. Mansueti, 16. Jahrhundert. Galerie dell'Accademia, Venedig, Italien. Kopten glauben, dass die Lehren des Markus zu Kontroversen führten und schließlich um das Jahr 68 nannte Christus zu seinem Märtyrer-Tod führten. Das Osterfest fiel mit dem Fest des griechisch-ägyptischen Gottes Serapis zusammen. Markus weigerte sich, den heidnischen Gott anzubeten, und ein wütender Mob band ihm ein Seil um den Hals und schleifte ihn durch die Straßen in den Tod. Historiker sind seit langem fasziniert davon, wie schnell das Christentum in Ägypten so stark Fuß gefasst hat. Ein Hinweis auf seine rasche Ausbreitung könnte in Alexandria selbst liegen. In der frühchristlichen Zeit war diese Stadt ein lebendiges Zentrum der Wissenschaft und Philosophie. Im Laufe des dritten Jahrhunderts strömten führende Gelehrte aus der ganzen Welt hierher. Alexandria war auch die Heimat einer großen jüdischen Bevölkerung, die möglicherweise für die Lehren des Christentums empfänglich war. In Apostelgeschichte 1825-25 wird ein Jude namens Apollos, ein Eingeborener aus Alexandria, erwähnt, der sich in den Heiligen Schriften gut auskennt, der mit brennendem Enthusiasmus redete und genau die Dinge lehrte, die Jesus betraffen. Was einen Einblick in die Geschichte bietet, wachsende christliche Präsenz in der Stadt. Die letzte Stufe in der Entwicklung der altegyptischen Sprache, das Koptische, entstand im zweiten Jahrhunderten als Christus und übernahm Buchstaben aus dem griechischen Alphabet sowie sieben Zeichen aus dem Demotischen, einer vereinfachten Form der Hieroglyphen. Abgebildet ist ein koptischer Kodex aus dem zehnten Jahrhundert mit einer Inschrift über den Erzengel Raphael. Louvre Museum Paris Alexandria war wie Jerusalem, Antiochia und Rom ein führendes Zentrum des frühchristlichen Denkens. Die Schule von Alexandria war die erste christliche Hochschule und wurde in der Mitte des 2. Jahrhunderts Nahes Christus gegründet. Zu ihren Anführern gehörte der heilige Clemens von Alexandria, der im Jahr 105. Ziegsenkritis als Heide geboren wurde, zum Christentum konvertierte und zu einem führenden spirituellen Denker wurde, Lehrer und Autor. Einer von Clemens' Schülern war Origenes, dessen Traktat gegen Zelsus aus dem Jahr 248. greifen heidnische Angriffe auf die christliche Lehre zurückwies und sich als entscheidender Text für die Verteidigung des neuen Glaubens weit über Ägypten hinaus erwies. Ein weiterer bekannter alexandrinischer Denker war Valentinus, dessen Interpretation des Christentums von den Gläubigen verlangte, göttliches Wissen anzunehmen, auf griechisch Gnosis. Der Gnosticismus, wie er genannt wurde, drang in frühchristliche Gemeinschaften in Ägypten ein, wo seine Evangelien, darunter das geheimniswolle Judas Evangelium, offenbar weit verbreitet waren. In einer Zeit, in der Heidentum und Christentum nebeneinander existierten, kam es zu einer gegenseitigen Befruchtung zwischen beiden. Das altegyptische Symbol für Leben, das Ankh, eine Kreuzform mit einer ovalen Schleife, beeinflusste die Entwicklung des Kreuzes, das als Krux Ansata bekannt ist und in der koptischen Symbolik häufig verwendet wird. Dennoch entwickelte sich das Christentum im 4. Jahrhundert weiter. In den frühen 300er Jahren gab es in der Stadt Oxirhynchus XII heidnische Tempel und zwei Kirchen. Ein Jahrhundert später war die Situation umgekehrt. Ägypten war auch Schauplatz einer weiteren wichtigen Entwicklung des Christentums, des Mönchtums, einer Praxis, die in den Wüsten Ägyptens entstand. Heilige Einsiedler ahmten die Wanderungen Jesu in der Wüste nach und mussten extreme Entbehrungen auf sich nehmen, um ihren Glauben zu vertiefen. Der berühmteste Wüstenvater war der heilige Antonius der Große. Seine Visionen, in denen ihm der Teufel in Gestalt eines frommen Gläubigen oder einer schönen Frau erschien, hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die christlichen Vorstellungen vom Teufel. Zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert löste das Römische Reich eine Reihe von Verfolgungen gegen Christen aus. Unter Kaiser Diokletian wurden im Jahr 303 die brutalsten Maßnahmen ergriffen, die den Tod hunderttausender Gläubiger zur Folge hatten. Der Überlieferung nach war ein Opfer in dieser Zeit. Die Kopten das Zeitalter der Märtyrer nennen, die heilige Katharina von Alexandria. Als Tochter des Gouverneurs von Alexandria forderte sie Kaiser Maxentius heraus, der sie foltern ließ. Als er ihre Hinrichtung anordnete, zerbrach das Stachelrad, auf dem sie getötet werden sollte, als sie es berührte. Nach dem Edikt von Mailand im Jahr 313 hörten die Verfolgungen auf und Christen konnten ihren Gottesdienst freigenießen. Im Jahr 380 wurde das Christentum, basierend auf den auf dem Konzil von Nikea festgelegten Grundsätzen, zum offiziellen Glauben des Reiches. Die Tunika eines koptischen Kindes, Datum unbekannt. Nationalmuseum Ravenna, Italien. Theologische Differenzen belasteten die frühe Kirche und die ägyptischen Christen befanden sich an der Spitze dieser Konflikte. Im 5. Jahrhundert begannen Kirchenführer darüber zu diskutieren, ob Jesus sowohl sterblich als auch göttlich sein könne. Im Jahr 451 trafen sich 520 Bischöfe auf dem Konzil von Chalcedon, um die Angelegenheit zu besprechen. Die Debatte spaltete die Kirche in Fraktionen und löste eine Kluft aus, die die Kopten von anderen Zweigen des christlichen Glaubens trennte. Auf diesem Fresko, das eine bemalte Nische im Bawitkloster südlich von Kairo schmückt, hält die thronende Jungfrau Jesus auf ihrem Schoß und ist von den Aposteln umgeben. Das von einem heiligen Einsiedler um 385 Nase Christus gegründete Kloster verfiel im 9. Jahrhundert. Seine ikonischen, lebendigen Kunstwerke sind jedoch erhalten geblieben. In den nächsten zwei Jahrhunderten blühte die ägyptische Kirche auf und zog immer mehr Anhänger an. Der verehrte Klosterreformer Sankt Genute aus dem 4. und 5. Jahrhundert baute im monumentalen Weißen Kloster im heutigen Sohak am Westufer des Nils ein bleibendes Erbe der Gelehrsamkeit und Frömmigkeit auf. Seine riesige Bibliothek koptischer Texte war das Wunder der christlichen Welt. Zu seiner Blütezeit lebten dort möglicherweise bis zu 4000 Mönche und Nonnen. Ägyptens Lage an der Schnittstelle zwischen Afrika und dem östlichen Mittelmeer war schon immer von Eindringlingen begehrt worden. Und im Jahr 644 fiel Alexandria an die arabischen Eindringlinge, Träger des neuen muslimischen Glaubens. Obwohl das neue Regime die Kirche zunächst tolerierte, begann die Bevölkerung zunehmend zum Islam zu konvertieren. Das koptische Christentum hielt fest, als sich der Glaube Ägyptens erneut änderte. Heutzutage praktizieren schätzungsweise etwa 10% der Ägypter den koptischen Glauben, der seit 2012 von Papst Tavadros II. angeführt wird, dem Jüngsten in einer ununterbrochenen Linie von Patriarchen, die vermutlich bis zum Evangelisten Markus zurückreicht. und dem Jüngsten in einer ununterbrochenen Linie von Patriarchen,